Das Neu-Babylonische Reich war ein Großreich der spätbabylonischen Zeit, das von 626 bis 539 v. chr. existierte. Die Könige dieses Reiches werden vielfach Chalder genannt, obwohl sich die Herrscher selbst nicht so betitelten. Die Anwendung des Begriffes geht auf das Alte Testament und griechische Autoren zurück. Die tatsächliche Herkunft der Neu-Babylonischen Herrscher konnte bislang nicht geklärt werden. Das Reich endete 539 v. chr. mit der Unterwerfung Babyloniens durch die Archämeniden. Geschichte Nabapolassar verbündete sich mit den Medern, die das Erbe der Elamiter im Osten antraten. Der Sohn Nabapolassars wurde mit der Enkelin des Mederkönigs vereheligt. Durch dieses Bündnis war der Weg nach Niiwe, der assyrischen Hauptstadt, frei. Im Jahre 614 v. chr. wurde Kalach dem Erdboden gleichgemacht und 612 v. chr. fiel Ningive nach einer dreimonatigen Belagerung. Bis zum Jahre 610 v. chr. waren die versprengten assyrischen Herdteile gänzlich aufgerieben. Die Unterwerfung der assyrischen Städte dauerte noch bis 605 v. chr. als Nabapolassar starb, wonach Nebuchadnezzar II. sofort nach Babylon eilte, um die Thronfolge anzutreten. Nebuchadnezzar entwickelte während seiner Regierungszeit außerordentliche Fähigkeiten als Staatsmann, Herrführer, Friedensstifter und Bauherr. Bei ihm werden beispielsweise die hängenden Gärten von Babylon zugeschrieben. Sein Ansehen in der damaligen Welt war so groß, dass er zwischen verfeindeten Stämmen als Friedensstifter herangezogen wurde. Nebuchadnezzar ließ die Tempel in allen Städten des Landes wieder aufbauen. Er richtete Kanäle, die sogenannte Medischemauer und die Prozessionsstraße mit dem Ishtator. Er förderte den Ackerbau, den Gartenbau und den Handel, so dass sich die Wirtschaft rasch erholte und aufblühte. Nebuchadnezzar II. unterwarf in Verbindung mit den üblichen weiträumigen Zerstörungen die Kleinstaaten in Syrien sowie der Levante und machte die unterworfenen Länder tributpflichtig. Judah versuchte mindestens einen Aufstand, der jedoch niedergeschlagen wurde und dazu führte, dass Jerusalem gemäß biblischer Überlieferung zerstört wurde. Teile der Bevölkerung wurden in die Stadt Babylon exiliert oder zu anderen neuen Wohnorten im Babylonischen Reich gebracht. Aus babylonischen Urkunden ist zu ersehen, dass bald darauf gehobene Positionen durch Teile der exilierten Bevölkerung bekleidet wurden. Die Rückkehr aus Babylon erfolgte erst in den Jahren nach der Eroberung der Stadt durch Kyros II. Im Jahre 562 v. chr. starb Nebuchadnezzar und hinterließ seinem Sohn Amelmaduk ein wohlgeordnetes und konsolidiertes Reich. Nach nur zwei Jahren wurde Amelmaduk bei einem Aufstand getötet und der babylonische General Neriglissa bestieg den Thron. Starke Streitigkeiten mit der Priesterschaft führten schließlich dazu, dass sich 555 v. chr. Nabonid durch einen Aufstand des Throns bemächtigte. Nabonid war Anhänger des Gottes Sinn und hatte damit den Zorn der Maduk-Priesterschaft auf sich gezogen. Das brachte ihm heftige Auseinandersetzungen bei der Neuordnung des Landwirtschafts- und Prachtsystems ein. Nachdem die Perser die Lydie bezwungen hatten, war es nur eine Frage der Zeit, wann sie auch Babylonien angreifen würden. Nabonid wollte durch strategische Maßnahmen der drunden Gefahr entgegenwirken und kehrte aus seinem freiwilligen Exil aus der Oase Thäme zurück. Er ließ zusätzlich die wichtigsten Götterstatuen des Landes als Beistand nach Babylon holen. Sein Sohn Belsazad, der Nabonid während des Exils vertreten hatte, übergab nun das Regierungsamt an Nabonid. In Babylon war der Zwist zwischen Nabonid und der Priesterschaft vor der Rückkehr schon so weit fortgeschritten, dass Kyros II, sich in seiner Abwesenheit der Priesterschaft als neuer Herrscher anniente. Nach einer kurzen Schlacht bei der Nabonid besiegt wurde, marschierten die Perser am 6. Oktober 539 v. chr. kampflos ein. Am 22. Oktober folgte Kyros II, unter Triumph und Jubel der Priesterschaft in die Stadt. Die aramäische Sprache wurde zur Verkehrssprache. Die Wissenschaftler nutzten aber weiterhin die arkadische Sprache und die Keilschrift. Viele Gelehrte aus Ägypten, Persien, Indien und Griechenland kamen, um ihr Wissen zu erweitern. Während dieser Zeit wurde aus den Astrallernen der Babylonier die chaldäische Astrologie entwickelt, die später den Boden für die hellenistische bildete. Sozialstruktur Abhängige konnten zum Dienst einer bestimmten Gottheit an Tempel gegeben werden. Sie galten jedoch nicht als Sklaven. Daneben besaßen die großen Tempel auch Sklaven, die mit dem Symbol der entsprechenden Gottheit gekennzeichnet waren. Aus der neubabylonischen Zeit sind zahlreiche Belege für die Existenz von Sklaven vorhanden. In den neobabylonischen Gesetzen werden sie nicht erwähnt, aber der Verkauf eines Sklaven wurde durch eine Keilschrift Urkunde belegt. Wie sie aus zahlreichen Privatarchiven vorliegen. Sklaven konnten auch verschenkt werden. Teil einer Mitgiftbilden oft wurden sie weiter verlieren, um eine Schuld zu begleichen. Oft waren die Sklaven jedoch bereits im Haushalt geboren worden. Es wurden jedoch auch Kriegsgefangene verkauft. Auch Verbrecher wurden in die Sklaverei verkauft. Schuldknechtschaft scheint dagegen selten gewesen zu sein. Auch die Freilassung eines Sklaven wurde auf einer Tontafel festgehalten. Siehe auch, Liste der Könige von Babylonien Babylonische Sprache Die Früchte der Könige von Babylonien